was geht und willkommen zurück zu neuen Folge von Manker Fragens. Heute Folge 17 und wir machen weiter mit der Schlüsseljagd für Fifi. Ich bin bereits auf den weiteren Punkt. Wir haben jetzt mal Ihnen die Botschaft geschenkt, die erste und die zweite vorbereitet und wir sind jetzt am dritten Punkt und bereiten jetzt hier auch das vor. Fifi kommt eh erst nachdem Fifi das wahrscheinlich schon gelöst hat oder Fifi ist gerade am lösen am Tag. Also schaut auch gerne mal bei Fifi vorbei. Link in der Videobeschreibung, auch zu allen anderen Teilnehmern, die mehr oder weniger noch dabei sind. Und ja, dann würde ich sagen, wie immer das normale Morgenaktur-Ritual oder Abendaktur-Ritual, dass wir eine Runde schlafen gehen, weil wir können, weil wir sie nicht jedenfalls. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass man hier nichts machen konnte an einem bestimmten Ort. Das ist für mich auch sehr neu, wenn ich es hier in den Tempel mache. Dann muss er halt ein bisschen gucken, das ist halt sehr mies gelaufen. Ich wusste das tatsächlich nicht. Wir machen ein bisschen in den Maya-Tempel oder auf dem Maya-Tempel würde ich sagen. Ist einfach mies gelaufen, aber ich kann jetzt auch nichts dafür. Muss er halt gucken, dass er es findet. Es geht ja um seine Rüstung schon mal. So, baue ich hier ein bisschen um. Ich gucke jetzt nicht, was hier drin ist. Durch ein Park bauen. Brauche ich ja eben nicht. Dann mache ich hier mal eben Engine Treasure. Ja, machen wir mal. Ähm, so. Dann bauen wir hier wieder unsere schönen Bambus-Fences auf. Wird man gleich weiß, jo, ist das richtig? Naja gut, wer denkt das schon? Wäre eine andere Frage. Ähm, jedenfalls gehen wir auch gleich gleich mit Bambus-Blöcken ran. Das ist wichtig und richtig. Und das war es beispielsweise Cent. Glaub ich mich eigentlich nicht. Der Mod bekommt mich das eigentlich gar nicht. Und schon auf einander kann man das machen, ja. Aber hier, wollte ich es nicht. So. Und wenn er es finden sollte, vorher vor anderen Dingern, weil es ja bei ihm auch in der Nähe ist. Naja, gut. Überm Berg ist er ja schon. So. Dann wird das eh nicht checken, was es ist. Vielleicht behalten, aber mehr auch nicht. Denn es ist ja eine Verschlüsselung, die nur beim ersten Botschaftsbrief besprochen wird. So. Stellen wir hier unseren schönen Crafting-Table auf. Bauen wir uns wieder ein paar Sticks. Und bauen daraus wieder Frame-Blocks. Um uns eine Frame-Chess zu machen. Easy. Easy. Da bauen wir hier sogar unten was. Könnte man ja auch sehr gut machen, dass man hier sagt, jo. Man baut hier mit dem Tempel was. So. So. Das war schon was mit Redstone gebundenes. Ziemlich aber eher weniger. So. Ja, einfach mal mit. Ähm. Kommt zu. Es wird abgebaut. Ähm. Hier wird so gebaut. Ein bisschen verbessert bauen, damit man nicht denkt, jo. Das ist eine Falle. Denn das will ich nicht so. Na gut. Mir wäre es so egal, was er darüber denkt. Ich kann auch denken, dass es das Falle ist. Wieso? Es geht um seine Utems, nicht um meine. Von daher. Den nehme ich mir mit. Check aus. Und hier geht es tiefer rein. Perfekt. Dann machen sich hier mal wieder einen Bambusweg. Dass richtig und richtig ist. Ähm. So. Ah. Okay. Nice, nice. Haben wir auch was dran oder? Dann packe ich das einfach mal auf dieser Basis hier hin. So. Hier ist die Chest. Die ihr finden musst. Machen wir mit einer Slap. Jetzt so nehme ich mir mit. Ui. Traluten. Kann man gebrauchen. Definitiv. Wann ist die andere Frage? Da wird man sich schon immer mal gebrauchen können. Lieber im ersten Fall zu wenig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So. Hier ist auch noch mal was. Haken wir uns ebenfalls ein. So. Ich hier noch eine Fackel hin. Die werden die normalen Fackeln hier auslöschen. Ein wenig. Wir brauchen normale Fackeln. Wenn man die Special Fackeln hat. So. Gehen wir hier noch oben. Hochhebend. Ach. Hier war er. Hier war er schon. Na ja. Er wird hier eher unauffälliger bleiben. Ist ja auch besser für uns. So. 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 Ich hab die ganzen Kerzen mit. Man weiß ja nie wo man die brauchen kann. So. Und dann natürlich wieder das Gebiet ein bisschen. Noch mehr aufpeppen. Ein bisschen naturelles Zeug hinpacken. Muss ja auch ein bisschen schickig aussehen. Und anspruchsvoll. So. Damit man sieht. Jo. Hier ist was. Tja. Dann würde ich sagen. Hier noch eben. Einen Zaun rum. Damit man nicht runterfällt. Und. Ja. Dann würde ich sagen. Gehen wir auch. Und. Besonders. Wir sollten nicht gehen. Wir müssen ja noch die letzte Botschaft schreiben. Unten. Damit er auch. Wirklich die Botschaft hat. Und dafür gehen wir zur Tour. Und. Wir müssen ja auch die letzte Botschaft schreiben. Gehen hier hin. Und schreiben jetzt eben noch die letzte Botschaft. Gib mir im Moment. Tschüss. 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 So. Dann sind wir damit fertig. Schreiben noch. eben das übliche. Da hinten hin. Entschuldigung. Die nächste Seite hin. Hier passt es nicht mehr hin. So. Und das hier ist die dritte Botschaft. So. Das passt mir auch ganz gut. Dass er jetzt schon geloadet hat. Dann wird das eher weniger erwarten. Dass hier was ist. So. Natürlich auch. Hoppestorn. Bei. Sprich. Ich pack mir auch gleich hier einen passenden Hebel hin. So. So. Und jetzt können wir nach oben gehen. Ist auch wieder Nacht. Sprich. Wir gehen ja noch und schlafen. Ich habe sowieso das Video. Wir werden das schon finden. Auch wenn das nicht genau diese Arena ist. Weil ich weiß. Warum. Keine Ahnung was das jetzt ist. Weil ich jetzt keine Ahnung von. Wird es auch schon so passen. Denke ich mal. Ja. Und am Ende werden wir halt. Ich werde jetzt noch mal hingehen. Fifi. Rüstung. Dann noch mal was aufbauen. Ähm. Ich werde natürlich auch. Wie ihr schon bemerkt hat. Die Karte. Immer verpixeln. Damit ihr. Obwohl. Ich werde die Karte bei der Rüstung auf jeden Fall verpixeln. Damit Fifi. Nicht sieht. Wohin ich gehe. So Leute. Ich bin jetzt in der. Höhle angekommen. Hier ist die Drachenrüstung von Fifi. Da ziehe ich noch ein bisschen rum. Damit es halt ein bisschen. So dass jetzt oben. Ich werde hier in der Höhle bleiben. Weil. Ja. Ich werde die nochmal. Besser platzieren. Das ist ja auch ein bisschen. Gemütlicher machen. Wie vielleicht weiß ich. Jo. Er ist hier richtig. Ähm. Ich werde einfach hier weiter fortfahren. Wenn keine Ahnung. Das habe ich nicht ausgegraben. Das ist schon so hier. Aber es sieht. Auf jeden Fall Smash aus. Sprich. Allern wir hier gleich noch ein bisschen Blöcke hin. So. 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 Dann machen wir hier noch die. Mir sieht das auch schon ganz schick aus. Hab wir hier noch eine. Lol. Wait. What. Okay. Das ist Game Changer. Dass man zwei übereinander packen kann. Das wusste ich nicht. Also ich werde jetzt noch die Fans nutzen. Weil da ist es nicht ganz so hoch. Äh doch eigentlich schon. Weil die Fans sehen auch schnicker aus. Aber ich wusste nicht, dass man die übereinander setzen kann. Das ist echt ein Game Changer. Gut. Dann wird hier halt noch etwas angezieht. Was man hier ist. Ich hab echt zu viel Stuff mit bei den ich nicht brauche. Und dann am Ende bekommt er hier nach langen Bemühungen eine Rüstung wieder. So. Dann baue ich hier noch ein bisschen Liege rum. auch so, dass er es erstmal nicht sieht. So. Dann hier ist entlang. So. Ich komm hier noch ein paar Höhlen mäßig hin. Damit es nur ein bisschen. Weil es natürlich aussieht. Wir sehen jetzt gar nicht natürlich aus. Weil es Minecraft ist. Ja. Wird es ein bisschen fresher aussieht. So. Ähm. Und ich würde hier eventuell noch so. Für zwei. Ich weiß gar nicht mal. Wie macht man nochmal. Diese. Halben Dinger. Ich gehe durchleicht in die Halben. Hole heißen die glaube ich. Ne. Okay. Wer heißen die? Die sind von Sub oder? Ich glaube sie sind nicht von Sublementaries. Woher sind die denn? Boah. Ähm. Hier diese Dinge. Post. Post suche ich. Sind wir Quark. Ich stelle ich mir dann eine her. Ah. Okay. Dann mache ich davon gleich mal weiter. So. Crafting Table. So. Crafting Table. Und dann. Mache ich hier mal so aufmäßig. Stabilisierung. Damit es ein bisschen schön aussieht auch. So. Und dann. Hier nicht mehr. So. Und hier nochmal. So. So. Dann sieht das doch schon mal ganz schnicker aus. Natürlich hier nochmal so ein paar Optimierungen vom Terrain umpassen. So. Und hier nochmal optimalen Eingang bauen. Dass man außen auch so ein bisschen schon erkennt. Und so. Ich denke mal das kann man hier auch erkennen. Hier nochmal ein bisschen dieses Symbol. Bambuszäune. Okay. Hier ist was mäßig. Dem Alibi mäßigen. Dann packen wir hier noch ein paar Bambusfackeln hin. So. Und. Dann haben wir das denke ich mal auch. So. Das sieht recht schnicker aus. Ich würde hier nochmal eine Pause Verlängerung machen. Hier eine Pause Verlängerung. Dann kommen hier Slaps hin. Würde ich hier mal so. So. Dann machen wir mal Slaps hin. Ich ebenfalls komme hier Slaps hin. Der hier. Kann dahin. Kommt so. Fertig. Perfekt. Jetzt haben wir eine Schniegehöhle für sein Endgame gebaut. Und hier. Das würde ich damit sagen. Das ist was mit der Folge. Haut rein. Und schau. Lado.